Claudia Schiffer sexy wie immer Uhalala! Claudia Schiffer wird bald 51 Jahre alt, doch das sieht man ihr kaum an. Mit ihrer Figur kann sie noch so manches jüngere Model in die Tasche stecken. Im kleinen roten zeigt sie, wie sexy sie immer noch ist. Und das Kleid trägt einen besonderen Namen. Claudia Schiffer postet heiße Bilder. Auf Instagram postet das ehemalige Topmodel eine ganze Fotoreihe von sich in einem leichten Hauch von nichts, einem sexy roten Miniträgerkleidchen. Kleines rotes größer als kleines schwarzes. Gestatten Uta! Und natürlich macht die 50-Jährige auch noch 30 Jahre nach ihrem Durchbruch in der 90ern eine verdammt heiße Figur. Die Fans fragen sich, wer zum Teufel ist eigentlich Uta? Ja, das ist tatsächlich der Name des Kleides. Es stammt aus Claudia Schiffers Modelinie, in der alle Modelle einen Namen bekommen. So gibt es die Modelle Clementine und Poppy, nach Claudias ältester Tochter, 16, benannt, sowie Cosima nach der jüngeren Elfjährigen und Kaspar nach ihrem Sohn, 18. Uta ist Claudia Schiffers enge Freundin, mit der sie schon seit ihrer Jugendzeit befreundet ist. Dass sie nun so ein sexy Kleid nach ihr benennt, ist eine schöne Anerkennung. Dafür gab es von Uta auch gleich ein dickes rotes Herzchen als Antwort. Edb사� ut. Auf Wiedersehen. Das war's.